Die drei schlimmsten Dinge, die du zum Frühstück essen kannst. Nummer 1, Müsli. Viele denken, Müsli sei gesund. Und Müsli ist die deutlich bessere Wahl im Vergleich zu Toast oder Brot. Die Wahrheit ist aber, Müsli ist einer der kaloriendichtesten Lebensmittel überhaupt. Vor allem, wenn du gezuckertes Müsli nimmst, egal ob 30% reduziert oder nicht. Du hast meist über 400 Kalorien pro 100 Gramm, plus die Milch. Also eine echte Kalorienbombe. Nummer 2, Orangensaft. Viele denken, dass Fruchtsaft super sei und dass man damit seinen Mikronährstoffhaushalt super deckt. Die Wahrheit ist aber, dass du nicht nur mal eben so 100 Kalorien extra zu deinem Frühstück hinzufügst, sondern auch relativ viel Zucker in Form von Fructose. Stattdessen isst lieber echtes Obst, das hat weniger Kalorien und deutlich mehr Mikronährstoffe. Nummer 3, Vollkornbrötchen. Ich weiß, viele denken, okay Vollkorn, das muss doch besser sein. Und die Wahrheit ist, es hat genauso viel Kalorien wie normale Brötchen und sättigt dich minimal besser. Am Ende ist aber der Belag entscheidend, den du aufs Brötchen schmierst. Tust du Salami mit Butter drauf oder körnigen Frischkäse mit Pute und Gemüse. Ob es dann ein weißes oder ein Vollkornbrötchen ist, ist eher irrelevant.